Willkommen zu MFH! Das ist eine Botschaft an euch Genossen und Genossinnen! Revolution! Revolution! Ich kann das große M, ich kann das große O, ich kann das L und das L, ich kann das I und das L, Ich... Keine Aufgabe wird je zu groß sein für den neuen Animalismus. Wir werden eine Windmühle bauen. Ich möchte, dass dieses Gefühl überlebt, ja, ich will, ich will, dass diese Geschichte, diese Geschichte, die muss sich so enden, wie der da sagt. Ich hoffe, ich finde ein anderes Ende, ich hoffe, ich finde ein anderes Ende, ein Ende. Langes Leben, seid immer auf Verschiene. Und Level.